Wieso denn Toomb, wieso? Mach mal Tombula Auf Toomb, let's go Ja, habt ihr letzte Woche auch gewonnen eigentlich? Ja, ich glaub schon, ne? Ihr habt doch aufm Flughafen angeschaut, oder nicht? Ja, aber nur eine Map, glaub ich Ach so, ja, das war schnelle Überfahrt Alle Spiele mit mir werden gewonnen Scheint so, ja, ja So, was machen wir? Jetzt machen wir wieder hier Team Draft, oder so Warcraft Only, oder so, oder War... oder, wie heißt der, Ork? Bin mir da nicht so sicher Es gibt 5 Orks Ach, das freie Ja, es gibt Ghazlo, es gibt Samuro, Guldan, Rega Ja, und dann hast du noch Garrosh Oh, yeah, true story Ja gut, dann hast du ja Orde drinnen Ghazlo ist ja ein Goblin Ja, aber... Hallo? Kannst du auch Janna mit Ork-Skin vielleicht? Ich weiß nicht, ob das zählt Wir könnten Alliance Draft machen Ah, Rexa ist halb Ork, von daher True? Alliance Draft Alliance Draft Alliance Draft Allian, Varian Varian Anduin Medivh Ha, Mayef ist halt auch Alliance Ja, ist ja Nachthelfen sind ja auch Alliance Mayef ist ja die Warden, die Illidan gehandelt hat Ja Ja, wir müssen uns... Was sollen wir spielen jetzt? Alliance, oder was? Ey, ich würd's, ich würd's spielen Ja, das ist aber was ganz anderes Ich mein, Undead können wir auch spielen Undead? Ja, warte Ja, mit Leo, Anub, Arte, Varian Undead Draft haben wir noch nie gemacht, glaub ich Aber kein Support Da gibt's keinen Support, oder? Da gibt's keinen Support, oder? Ja Ja, wir haben keinen Support Ja, wir haben vielleicht einen Undead-Skin auf einem Supporter Ja, wir haben vielleicht einen Undead-Skin auf einem Supporter Es gibt bestimmt einen Undead-Skin, oder? Ähm... Ich weiß nicht, ob irgendjemand einen Undead-Skin hat Nee, na? Glaub ich nicht Also ich bin mal back, ne? GGs und so Jo Jo, hau rein Lass mich mal schnell schauen hier Ja, wir müssen uns jetzt entscheiden Also theoretisch ist ja Zerg auch Undead Nein, ist nicht Waren! Doch, Stukov ist verreckt eigentlich Sag mal an, X-Ray, was wir machen Ähm, oh Ja, okay, warte Viel geil mach, X-Ray Viel geil mach, Stitches Okay So, was kommt jetzt? Oh, oh, es gibt Morales Andeads, den Apotheker Echt? Das ist von... Ja, ja, das ist für Andeads Ja, dann haben wir ja einen Support Der Apotheker ist... Nein, nicht Morales Der Apotheker-Skin, wer will Hahaha Ist das ein Andead-Skin? Ich weiß ja nicht Ja, das ist... Ja, das ist... Ja, dann passt das, ja Dann macht man hier Sylph, Leorek Dann passt das, oder? Aber wir brauchen Kael'Thuzad als andere in Range Ja, ja, das... Ja, ich dann müssen wir ja dann... Ich muss Morales gegen Anub und bestimmt Anduin Nightball spielen GELEN GENJI vielleicht, oder... Oder Tracer... Können auch eine Offlane-Bahn... Ich glaube, das wird ein Beihil gehen Die haben schon Cocoon und Pull. Äh, ja. Kannst ruhig bei Hell spielen. Ah, wie du willst. Ja, geht beides. Oh, recht Gott, Andrew, das geht. Ja, guck mal, die denken, wir wollen Hanso. They don't know. They pull off. The Stitch is first pick, ey. Ah, damals, als das noch die ganze Zeit der Fall war, ach, gute Zeit. The Stitch is first pick, oder was? The Stitch is in the better, ja. Ganz irgendwie 2, 2,16 oder so. Ah, ja, ja, ja. Wo der größten Schatten gemacht hat. Ja, bei dem Slam-Bild. Ja, ja, ja. Da hat die, die 16 Slam war quasi rude oder so, oder? Oder war sogar Stun? Nee, war ein Stun. War ein Stun, ja. Stun sogar, ja. Okay, Team, ich hab Medivac für den Doop. Ihr müsst nur zu mir rennen. Ja, okay, aber. So geht das? Ist das ein Undead-Skin? Nein, ist es nicht. Ja, doch, das ist von der Nekropole. Von Nexramas. Ehrlich? Ja? Ja, stimmt. Okay, ja, hast recht. Stitch is undead, oder wie? Ja, ja, Abomination in Warcraft 3. Im Schlachthaus kannst du die bauen. Ja, den gibt's sogar Stitches selber in World of Warcraft auch. Ah, ja, 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 true. Es geht nur durch diesen Wald da immer durch. Der Dunkelwald. Der Dunkelwald, genau, genau, genau. Ja, da kommt ja der Witz her, Abercrombie & Stitches. Das sind zwei Abos. Ich glaub, ich spiel aber kein zu satt. Willst du? Okay. Okay. Ja, ja. Ich krieg Granatenfeld, Uli, nur für dich. Ui. Tchuuu. Boom. Ja, um die Kombos zu ruleen, oder was? Ja, ich muss ja in die Kette reinhauen. Uli trifft ja sonst nicht. Das wird ein Abenteuer. Das ist ja unser Hook-Follower. Ist ja Granate. Ja. Kill to the HW. Aufm Boden. Ist gar nicht so verkehrt. Ne, stimmt schon. Wieso nennt man seinen Account Off? Das erinnert mich an Nurok Smurf. Off, ja, ja. Der Wühler. Der Wühler. Der Hacker OTP. Der Hacker OTP. Nein. Ja, Nurok hatte so ein paar Smurfs. Der hatte auch einen russischen Account, wo er nur Tracer gespielt hat. Was? Ja, ja. Was ist denn da los? Ich nehm' aber das witzige Level 20 dann mit der Explosion. Da geht's dann richtig ab. Wir nehmen Globus, Uli, na? Was ist denn die Explosion? Äh, da macht's dann die Ult nochmal, wenn Ian was zeigt. Ach so, ah ja ja ja. Sehr gut, Uli. Ja, ja. Ah, da müssen wir euch schritten. 20 scalen. 3? Ja, ich nehm' gegen Rayman Armor auf jeden Fall. Ohhhh. Mach mal hier hoch und dann mach' ich voll ab. Okay. Warte. Jetzt? Ah. Wow. Ja, jetzt nur die Vision. Ja. Jetzt? Jetzt? Voll ab? Ja, jetzt hab' ich... Ich hab' voll ab. Schade. Da kam der Hook, ne? Mhm. Hanup ist hier am Tanzen. Oder ich brauch Globus. Ja, ja, ja. Wir haben den für dich. Wo sind die denn? Die versteckten sich hinterm Gate. Ja, die haben Angst nach mir jetzt zu spielen. Dass wir gleich die Renate wieder sehen. So, rein da. Ich mach die Arabs rein und kill's ab. Ja. Ja. Ich hooke Grayman jetzt. Hier, du musst einfach nur... Ja, 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 ja. Guck hier, der hat gepullt. Das war aber... Der hat keine E mehr, der Hook. Ich hab' auch gar nichts. Ich hab' keine Energy mehr. Ich seh', ja, ja. Ich hab' schon vier Stacks. Es läuft. Wollen wir Hardcamp machen? Ja, hook' mal, hook' mal hier. Nach der Welle. Ja. Guck, guck, guck. Jetzt, hook' Ohhhh. Jetzt, wo ich's Ding... Ich geh' Hardcamp. Das war's, du brauchst doch nicht. Ich geh' mit. Oh, nice. Ah, ich brauch' mich gar nicht, ne? Ja, warte, bleib' du mal hier. Nein, warte, bleib' du mal hier. Du hast dir einen schönen Globe. Du hast dir einen schönen Globe. Du, ich seh' Uli schon tot, wenn ich nicht da bin. Ja. Du, ich bin fein. Nee, nee, der ist fein. Ja, er auto-taggt den Anouk die ganze Zeit. Hahaha. Ja, wir können den bisschen damagen, der... Der will's wissen. Ganz einfach, indem ich reinlaufe, ja. Das ist, äh, das ist die... Ja, der ist tot. Taktik. Ah ne, die Freunde sind, glaub' ich, hier. Ja. Oh. Ja, ja. Ja, dann rein da. Ich bin dabei. Ich muss da drauf denken hier und ich bin auf'n Weg. Ja, kein Lick. Ich bin auf'n Greymane. Oh, Greymane? Oh, was? Der bewegt sich gar nicht. Ich hook' den auch. Ich hook' auch, ja. Oh, ja, ja, ja. Gefällt mir. Oh, der Globe? Meinst du ihn kriegen wir? Ne, 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 ne. Haha. Ich kann's versuchen, aber... Ich kann's versuchen, aber... Ja, warte. Ich tapp' mal eben. Also... X-Wert, ich kann ihn nicht heilen. Du hast zu viel AP für meine Energy. Jetzt! Oh! Die Bombo. Oh, Anup ist tot. Der Lobot? Ja, 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 ja. Der ist kaputt. Chromie ist auch kaputt. Oh, weiter, weiter, ja, ja, ja. Chromie ist auch kaputt. Oh, sie geht rein! Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Okay. Sie haben aber die Gems geholt. Ja, ja, ja. Garon. Ich hab... Ich brauch' noch ein Stack für meinen Spike. Ja. Da ist ein Globe. Und ich geh' dann topsocken. Ich auch. Ich will Globes. Oh, da ist mitten noch ein Globe, ne? Nimmst du, ne? Hier oben ist auch einer, ich warte. Ja, ich komm nicht mehr. Oh, Max Value. Ja. Oh, jetzt brauch' ich Hilfe, Team. Ja, ich komme. Ah, das ist nice. Achso, stimmt. Der gegen Loop ist dann der Hook, der unseren Stoppable, ne? Ja. Ich, äh... Zahl mal... Was funktioniert das eigentlich? Hä, der skippt doch gar nicht als Toppable. Ja, das hat man gerade auch gesagt. Ah. Wenn man ganz fest dran glaubt... Es gibt... Auf 20 gibt's aber einen Killer-Bild an. Okay. Oh, der Anup hat Bock. Ne, der Anup hat Bock. Äh, Greyman? Der hat auch Bock. Ich hole dir den Globe. Ja. Aber jetzt hat er nicht gepullt, oder was? Das war dann das gerade. Das war cool. Ja, ich hatte ja Crude out. Wollen wir painen? Ja, ja. Ich drück' mal. Ah, Anup, Hook jetzt? Ich hab' nur ne Chromie. Head Damage. Naja, hab' ich nicht. Hast du nen Glob verpasst? Ich hab' noch nen Hook. Jetzt! Oh, was? Ah. Äh, okay, 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 okay. Ich wollte die Chromie haben. Ich hab' hier was. Ja? Ja. Ja. Ich hab' mal meine Gems bezahlt. Zeche wurde bezahlt. Zeche wurde bezahlt. Da? Ja, da muss gleich aussehen. Ja. Da oben ist noch ne Chromie hier. Ja. Wir könnten gerne zahlen, wenn ihr wollt. Ich zahl' mal. Ja. Kannst du sagen, er ist next? Hab sie. Ui! Ich hab' bezahlt. Da ist ne Glober? Ja. Äh, Achtung oben. Ja. Wir sind tot. Anup war hier. So, rein da, oder? Ja, warte, da ist noch ne Globes? Ja, nein. Wann? 19 Globes schon. Ja. Hat sich doch gelohnt, das Helene. Mach' denn mal hier das Mount, ja. Oh. Boah. Da oben ist noch ein Greyman. Wie wär's, wenn wir mit dem Bottom alle gehen? Komm. Die Hake einfach mitnehmen. Wir haben mal 10. Ich hab' ja keinen, keinen Trade. Okay, er rennt schon. Ja, ja. Der will rausgraben. Der Bühler, guck mal, der Bühler. Oh mein Gott, da ist ne Roll. Find das Gefühl. Aha. Ich geh' Web nicht. Ja, ex. Mein Hemd obligations. Ich hab' Blast. Ey, ich blaste, ich blaste alles außer den Anup. Was? Ich hab' meinen Controllen. Ey, Mac komm, 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 komm! Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Watch'r bot der Regierung hier. Warte auf mich. Willst du da schon weg? Der books go. haben die gesehen wo wir gelandet sind wir meinen kontrollen hier jemanden wenn jemand drin ist aber die sind mal diesen top wir klären einfach du kannst gucken ob der gorge ist aber wir haben hier free clear er könnte ich gehe ja wie ich habe bei medie weg bist du zu mir ich gehe mal mit wir sind gerade alle ich mach mal das jahr der hat okay wir holen also ding ist da und auf jeden fall der pull kann ja ich habe 26 das war kein langer ich muss aber gleich haben wir lang ja gleich wird er ganz lang ich komme mal ich habe einfach gegessen ja sehr gut sehr gut sehr gut fällt mir unfair dass er mich auch gestandert ja die zähne zahlen ja ich hole dich gleich zurück christoph vip taxi christo ach ja das ich erinnere mich richtig gut ist das ich denke ein bisschen ja super ja ich lege ahr krami sind mit dem gleiches formel 1 start ich müsste eventuell posieren legen wir nach unten ich glaube wir pushen einfach oder ich mach mal blinds hook warte ja obwohl die sind alle mit er pusht einfach die anderen da kommen wir jetzt das ist nicht aber ich kann das hier machen guck mal also jetzt ja ich wollte eigentlich wo ist eigentlich der bühne der wühlt sich gleich rein der kommt von hinten ich habe ihn gerade gesehen kommt zu fuß der kommt zu fuß du musst mal auf ihn rauf rennen ich sehe nichts ich öffne den cocoon ich auch nicht ich mach blinds hook der damage wird los nimm mal den hier mit hat der der wäschere aber die haben cocoon benutzt oder ja 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 okay middleweg ist zu langsam cocoon zu dodgen ja da muss kontrol oh oh import jetzt müssen wir glaube ich ein bisschen warten äh vielleicht kann ich hardcamp starten mails damage gew auf 16 aber der hake ist nicht können wir uns ein medivac schicken vielleicht ja für mich und stitches ja ja gefällt mir der uberride ist hier ich habe gerade alles ich habe gerade nichts ist das fein da mit ja ja vorsichtig lass mal safe weg ich habe den anruf gekostet ich muss ja den anruf bin drauf ja ja die gehen da auch hin glaube ich bosse ist ab bosse ist ab ich glaube die war in mitte naja bosse ist nicht ich rede mal hoch ich rede mal hoch oder bosse ist da bosse ist da geht ein bisschen schneller als roshan ich habe keinen gorge leider ich bin frei ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich bin auf grayman vielleicht ich sehe nicht ich bin auf grayman vielleicht klick 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 ich habe da jemanden 50 jen 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 die sind alles gar nicht so rein tschüss uli 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 richtig im stich gelassen hier keine nahen dass da nur direkt da steht ich brauche noch drei gems dann kann ich so lupen ist ja ja piggy bank hier pass mal auf wir sind hier irgendwie ein boss ja ihr könnt sie kill ja das ist ja ich komme ich komme ich komme ich komme ich glaube ich habe ich verfolge ich steige ein ich steige ein da hast du noch 60 jams holt sich die das ist alles fein der anhebelt der kann sich die abholen ich habe nur auf die minimap und ich dachte auch so wäre schon drinnen der wand fest warte mal ein bisschen warte mal ein bisschen ja ich habe jetzt habe ich nach mir die weg jetzt sind wir ja sehr gut sehr gut drei sekunden das ist ja fast und die ja plus cooldown redaktion auf medie weg ihr könnt gleich her fliegen das sollte ja ja das ist perfekt ja die haben 20 ja ich hab ja doch hier safe 1 also ich habe ja komm mal ruhig zu uns, dann können wir gleich mit silence in tomb shaw raven jetzt die geht immer auto tanken, wenn ich die hooken will ja, ich geh mal nach unten, auch da ja, ist keine wahl mach mal die, die, die Mauer hier weg anoop jetzt er hat eh benutzt ich hab hooker in drei sekunden wieder warte jetzt nochmal, a 1 oh ja, ja ja oi der importiert die Sandmann Dinosaurier Oh, no ich seh gar nic er weiß mir aus, hypat Achtung, das hier失 eh, gefährlich ored, okay Ok. Ja, ist euch nix. Ja, Beck. Ich wurde gedoupled. Ich öffne hier Cocoon. Why me? Oh. 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 Ja. Aber wir haben kein Vormann hier. Nö, kein Vor. Kein Vor. Moment mal, aber man kann doch Medivac dann im... Man kann doch Medivac dann im Fight benutzen oder nicht? Also, dass jeder kurz reinspringt und dann... Ah, ich brauche... Uli. Warte mal. Oh. Ich hab da was gesehen. Aber jetzt nicht mal. Äh, alle gehen alleine rein. Ne, wir sind fein, wir sind fein. Die, äh, Granaten. Von der Morales. Ja, man könnte doch Medivac im Fight verwenden und dann hat man... Ne, ne, du kannst nur abheben dann, oder? Nur abheben. Du kannst nicht ein- und aussteigen, oder? Ne, 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 ist die Bunker, du bist drinnen. Ne, 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 ist die Bunker, du bist drinnen. Ne, 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 ist die Bunker, du bist drinnen. Äh, hier mach mal... Wir müssen hier Easycamper oder sowas machen. Die sind am Boss. Bin aufm Weg. Habe die PIN. Ja, 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 mach mal easy. Die haben Boss und Pay. Ähm... Ja... Ja, ja, der schafft das. Ja, ja, das... Aber wir müssen, glaube ich, oben direkt deffen. Hm. Oh, noch eine, Gem. Noch eine, Glove. Ich kann hier jemanden mine controlen und dann hooks den rüber. Okay. Ich guck mal. Okay. Ich hab hier vielleicht was, was die kommt. Ah, die wissen, dass ich versuch zu hooken. Ja, 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 ja. Oder ich mach den Mähne-Hook. Warte. Was ist denn der Mähne-Hook? Äh, so hab ich Mähne gehuckt. Ah! Die machen ja gar nix. Nee, nee, hit mal den Boss. Die warten auf nächstes Game, bis sie reingehen. Mach mal schön den Boss kaputt und dann... ...sind wir, glaube ich, fine. Klappt ja weg. Der Kerl der Hacker ist so, ne? Ja. Ja, einfach das Ding verteidigen. Uli ist mit dir. Wir haben keinen Follow-up dazu, oder? Ja. Komm mal hier. Wir haben ja... Okay, ich bin down. Greyman is deep. Ja, ja, kill den mal, kill den mal hier. Jawoll. Und du lebst doch. Doch. Ja, ja. Ah, ich bin aber nicht mehr drin. Uli nicht mehr. Uli? Ich hab keine Rest. Let's go Team. Du musst, glaube ich, mal die Chromie... Ey, ich komm nicht zu euch. Da ist so ein... Ihr lebt noch, ihr lässt noch. Alles gut. Ja, ja. Alles gut, alles gut. Ja, war doch gut. Ey, ist defendable, ist defendable. Hier, guck mal hier, der Hacker. Ja, ja, der Leerrück ist zurück, der Leerrück ist zurück. Was? Was war das? Guck mal hier, der Hacker ist da. Der Hacker ist da. Der Hacker ist da. Der Hacker ist da. Ja, jawoll. Boah, ich hab's. Ne, 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 ne. Okay, ich steige ein. Ich weiß aber nicht, wo wir landen. Ja, 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 ja. Nein. Gut, ey. Okay, Web. Web ist down. Er ist immer noch hier. Oh, ja. Kein Wader mehr. Ah ja! Der ist hier reingegangen, der Bühler. Der Bühler. Einhook? Es geht denn, ja. Kenn die EISO? Boah, guck mal, mein Leben, Mann. Ja. Einhook? Ihr kriegt den, ja? Ja, kennt du so aus? Rechts, 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 rechts. Rechts, rechts, rechts. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne, ich komme. Oh, ne. Oh, ne. Was ist hier schon wieder los? Jetzt locker raus. Ey, okay. Kann wir enden? Lass mal, lass mal fischen hier. Ich hab hier das da. Ach so. Da gehts rund. Ich mach Easy Camp. Mindestens mal Top Keep hier, Team. Also enden wir nicht, oder? Das mal hier, das hier. Ich mach Easy Camp. Oh mein Gott. Ich hab ja Angst vor Chromie Trap. Ich renne jetzt hier einfach rein. Jaja, wir rennen auch rein. So, die haben Bottom Pressure. Kommen wir vielleicht hier wegen Entup oder so. Ein der Haka. Uli hat keine AP mehr. Wir sind tot. Geht weg, geht weg. Ja, Anduin ist doch wieder da. Wir sind fein, wir sind fein. Ich flieg zum Abcamp. Gern noch Reduce cooldown. Wir können auch gleich Korb fliegen. Kein Ding. Oh ja. Lass einfach payen. Ich hol mal Mana. Kein Ding, ich base für Mana. Ich gön mir die Globe. Ich pay meine 2 Claims. Ich hab mir die Globe geholt. Ich gön mir mal Top Wave dann. Das ist auch noch ein Globe, ja. Ich hab 52 Globes bislang. Ich zahl mal meine 5. Bald haben wir genug. Ja, ja. 60 Globes ist Max Movement Suite, ne? Ja. Ja. Also noch 7. Sind das hier eigentlich für ein Endless Game? Uli ist nicht da. Uli ist nicht da. Uli ist nicht da. Ihr könnt ja schauen mit Hock die ganze Zeit. Da braucht ihr ja nichts. Wo sind die denn schon wieder? Die sind zuhause. Ey, die halten. Die sitzen in der Basis. Wir sind ein bisschen split. Anup? Ja, Anup hat eh benutzt. Is this up by the way? Wir hätten Anup doch gehen können mit dem Zoom, oder? Ne, die haben doch Anduin. Die haben Anduin, ja. Doppelpol. Oh. Ja. Lass einfach hier so weiterschauen. Ja, wir haben's ja bald. Ja, wir haben's ja bald. Wir bauen noch 8 Gems. Es ist noch los, ey. Ich kann auch auf mein Control vorlaufen. Guck mal hier oben vielleicht. Ich hab vielleicht was, ja. Hier? Ja. Let's try. Die verstecken sich wirklich in ihrer Basis die ganze Zeit. Wir können bald zahlen. Ja, oben die Gems, ne. Boah, noch 4 Gems. Wo ist denn die Club da? Nach der Welt noch einen Gem. Nach der Welt noch einen Gem. Ja. Okay. Ja, ich... Sind die hier im Boss? Ne, ne? Ne, 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 ne. Sicher? Ja. Ich attack mal den hier. Die Gems in der Mitte. Ja, ich geh. Ja, ich geh auch. Und da ist auch der X-Trade drin, glaub ich. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Anoop ist aber... Oh, ne. Ist auch nicht. Der kommt hier. Hier? 3 Damage? Oh. Ah, der hat den... Warte, wir haben ja den Anoop gegessen. Der bringt den Tank mit. Der wird mich doch dingsen. Hey, kann man oop? Äh, ich mach Anduin. Jaja, ich kann mit dem Tanklan. Kannst du denn bleiben? Da. Okay, ich bin... Ah! Die sind alle so hoch. Rind da, Rind da! Skuck, die können nicht spielen! Ich bin zu Denki! ich kenne ihn alleine! Alleine! Kille ihn! Ah, die verreckten ihn! Oh, das ist eigentlich nicht einfach! Ja, wir fliegen! Ja, wir fliegen, wir fliegen! Glaub ich! Eieiei, Summit Keep, he? Ja, ja, ich bin schon da! Er paid einfach! Er paid einfach! Äh, okay! Ja, guck mal, hier, den da! Warte mal, der Lorik respawn! Nee, nee, wir können enden hier! Du respawnst gleich! Guck mal, der da! Hier! Er hat Bock! Ah! Ich werde von allem noch gemacht hier! Er hat Rewind benutzt, er hat Rewind benutzt! Mach mal hier Entum drauf! Jetzt schon! Oh, mein fucking Gott! Acht mal, ich hucke ihn! Eieieiei! Okay, wie wäre es bezahlen? Der war doch drin! Mach mal mal vorher! Ich geh mal auf den Grayman, der hat Bock! Er hat meine Teal! Jaja! Eieieiei! Losable! Ich bin auch low! Wir zahlen, wir zahlen, wir zahlen! Aber es geht denn, ja! Hey, Flucht! 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 Ja, paid! Flucht! Ah! Ist das bescheuert, Alter! Gott, ey! Ich tränke ihn! Ich glaube, ihr solltet rennen, wenn ihr kommt! Ja, die kommen alle! Die kommen hier! Ja, ja, das ist gefährlich! Ist fine, die Minions, die gewinnen uns das Spiel jetzt gleich! Ja, wir haben Keep bekommen! Keep bekommen! Ja, aber... Ja, aber wo willst du nicht liegen? Flieg auf die Chromie! Flieg auf die Chromie! Nee, 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 nee! Nee, aber wirklich! Die ist doch da oben alleine! Wenn die sich jetzt zeigt, dann fliegt da rauf! Wenn die sich zeigt, ja! Ja, ja, ja! Rauf da, rauf da! Abfahrt! 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 Ja, das ist ein Delay! Was soll ich machen? Ja, Anu bist schon hier, Freunde! Check den Busch! Check den Busch! Ah, jetzt müssen wir einfach weg ran, ja! Ja, Team, wie Pepo ran! Wann ist der Nächster mit dir weg? 15! 15! Okay! Also, machen wir Boss? Ich mache Bottom-Easy-Camp direkt, glaube ich! Jawoll! Mehr Camps! Und hier macht man das auch direkt! Easy und hart sind zu Boss! Keine Zeit verlieren, Freunde! Die kommen alle zum Boss! Die gehen alle zum Boss! Ja, ja! Wir brauchen aber die Minions! Sonst können wir hier nicht gewinnen! Das wird sonst nix mit uns! Ja, die machen Boss jetzt hier! Ja, ja, ja! Die checken, die checken! Was ist, wenn wir Korfliegen? Ich geh mal Backdoor! Dann gewinnen wir, glaube ich nicht! Nee, die gehen wieder! Okay! Ich geh da! Das war bei Werncamp, oder? Nee, jetzt Boss machen! Komm! Ja, Boss, Boss, Boss! Und wenn die kommen, Korfliegen? Ja, ja, ja! Aber ihr könnt hier raus und fliegen irgendwie? Nee, nee, wir fliegen dann zum Korfl, wenn die kommen! Okay! Die kommen! Wir sind hier, wo die sind! Die sind hier! Nee, nee! Ich mach hier Urlaub! Was denn hier ist? Ah, da ist ein Hacker auf mir! Okay, ich bin aber neben... Der Hacker ist intern! Nee, 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 nee! Wir brauchen Hilfe! Okay! Oh, mein Gott! Nein! Ich bin rissen! Ich geh mal vor! Komm mal mit hier, Lorik! Das ist hier! Ich bin auf dem Weg! Uli! Komm hier! Achso! Nee, 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 alles gut! Die machen nix! Die machen nix! Die Hacker ist weg! Der Rest ist am Boss! Der Rest ist am Boss! Diesen Boss! Ich geh stall! Ich versuch's! Ihr könnt, glaub ich, einfach enden! Wenn ihr... Graemann ist weg! Ich glaub, wir sind alle zurück! Ja! Ich hab einen Up gestallt! Ich hab einen Up gestallt! Und Chromie! Ich hab drei Leute gestallt! Ja, 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 ich lauf aber weg! Hier, D! Ich kann das nicht am Ende machen! Ja! Game! Ich komm auch, Chr! Komm, ich hab... Ich hab Ult! Lass den Kill! Ja, ja, ja! Jawohl, Ult! Wie geht's weiter? Weiß ich nicht! Ich schieß auf Chr! Also, wenn er allein ist, dann... Wir sind am Boss! Wir sind am Boss! Einfach das Schild, äh... Und... Und... Okay, lead! Ahhhh! Okay, die haben... Ich hab... I got him! Die haben den Mist gemacht! Die haben den Boss gelieashed! Die haben den Boss gelieashed, Freunde! Wir haben hier noch ne zweite Chance! Komm, jetzt hier, Leo... Äh, hier... Respawn einfach auf den Tor! Ich hab... Ne, ne, die sind zu dritt! Warte mal! Unser Stitches ist gleich auch am Leben! Mal, wo fliegt der denn hin? Ah, hier, Bay ist weg! Damit die Angst haben! Es kommt von... Nein, es ist ja gleich wieder ab! Die haben... Die denken jetzt bestimmt, wir sind zum Boss hingeflogen! Aber die haben gleich Pay! Die haben... Können gleich zahlen! Ja, ja, wir fliegen jetzt einfach alle zum... Zum Chor! Das ist jetzt hier genug! Ja, mit Protected... Ne, 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 ne! Wir machen das so, wir laufen hier hin und dann machen wir Bayt-Mädel weg! Wir machen den Bayt-Mädel weg aus der Base! Wir gehen einfach Core back down! Von hier! Ja, aber 5 mal Isolation into Light Bomb, wenn wir landen! Ah... Wie viel Range brauchst du denn? Ich komm direkt zum Chor von hier! Ne, von hier komm ich direkt zum Chor! Da land ich vor dem Chor! Ah! Genau, dann komm ich hierher! Ja, 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 ja! Und dann hast du nicht... Haltest du mir die weg für die... In der Basis? Ne, ne? Sollte einer die... äh, stallen vielleicht? Ne... Ja, die... Ja, Stichus kann stallen, glaub ich. Äh, wir sollten jetzt, glaub ich, fliegen. Ja, 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 stall die mal, stall die mal! Wir fliegen! Komm, komm, komm! Ja, ja, rein da, rein da! Stallen, 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 stallen! Wir kommen, ich komme! Mach End-Tube auf Grim-In! Ja, 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 ja! Abfahrt, Abfahrt! Wir müssen, äh... Jawoll! Mach damage, mach damage! Mach damage, mach damage! Ich hab den Volt! Schneller, schneller! Wir haben's, glaub ich, wir haben's! Ja, ja, ja! Let's go! Ah, wunderschön, wunderschön! Oh, mein Gott! Oh, Gott, ey. Was war denn das? Also, war fast ein Fallschrei-er-Game! Ja! Oh, mein Gott, 출zumt! Wie ILG war das hier, habla- Fühlte sie hier... In weiß ich bin morgens... Ja Ja gewonnen Safe zone Das level 20 sehr gut sehr gut Hast du ultra hast du da explosion hinbekommen oder haben wir das gar nicht gar nicht Wir haben einfach jeden teamfall verloren Aber fein war fein Hat Spaß gemacht Ja ich uploade dann mal die replays Ja Dann ja ggs das war das game für die woche glaube ich Ja ggs jungs Achso wann hast du Geburtstag? 26. Mai Ich wollte dir nen Kalender schenken Ja Mit nem Wecker Achso ja kannst du uns auch zu Weihnachten ne Ah stimmt du willst auch noch Ja Aber ja ich äh Ich versuche beim nächsten Mal pünktlich zu sein Ggs jungs Ggs jungs Ggs Bis dann Ciao 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 Tschüss Okay guys Okay guys That was Division 1 I sadly missed the first match because I was busy and then my team played one map without me but I made it for the second one But yeah that was that was Division 1 and we will dive into Storm League now I think Insane gamer moments yeah Fly to the core we have to be quicker guys Speed up Ckan Ai 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 Non Der